Moin ihr Lieben, ich bin's wieder, Caro aus dem Historischen Museum. Heute exklusiv aus unserem Kostümschrank. Wie ihr seht, haben wir hier Kostüme vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Das sind aber wirklich Kostüme. Das heißt, wir haben hier nicht den Anspruch gehabt, originalgetreue historische Kostüme schneidern zu lassen, die sehr, sehr aufwendig sind und sehr, sehr teuer, sondern wir hatten den Anspruch, dass wir die gemeinsam, wenn ihr bei uns zu Gast seid, anziehen können, gemeinsam toben, feiern oder auch kämpfen können. Trotzdem möchte ich euch anhand einiger dieser Dinge heute etwas über die Funktion von Mode erzählen. Grundsätzlich war Kleidung ja erstmal dazu da, um sich warm zu halten als Mensch. In den kalten Monaten mussten wir uns was überziehen, damit wir nicht frieren. Es ist aber tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass man irgendwann anfing, sich über Kleidung voneinander abzugrenzen. Gerade eben die eher wohlhabenden Menschen, der Adel. Die haben sich teure Kleider schneidern lassen, aus sehr, sehr teuren Stoffen, um zu zeigen, dass sie etwas Besseres sind als zum Beispiel die unteren Schichten. Die unteren Schichten selber hat vielleicht das Thema Mode auch nicht so unbedingt interessiert, aber sie hätten auch keine finanziellen Mittel dafür, haben eher relativ einfache Kleidung getragen, aus Leinen, aus Baumwolle, haben sie sehr abgetragen. Das heißt auch, zum Beispiel im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit konnte man ganz klar an der Kleidung erkennen, zu welchem Stand man gehörte. Zudem war Mode auch immer Mode der Herrschenden. Das heißt, die haben ganz klar definiert, was gerade en vogue ist. Ludwig XIV. zum Beispiel in der Barockzeit war derjenige, der in ganz Europa die Mode geprägt hat tatsächlich. Was er gesagt hat, war gang und gäbe überall. Ob Perücken getragen werden oder keine Perücken getragen werden. Als ihm tatsächlich leicht das Haar ausging, hat er nämlich entschieden, dass man an den europäischen Höfen Perücke zu tragen hat. Das hat sich schnell verbreitet, indem man Modepüppchen hin und her geschickt hat tatsächlich, von den verschiedenen Höfen in Europa, um zu sehen, was gerade innen ist und was man zu tragen hat. So wie es an den Adelshöfen Kleiderordnungen gab, also bestimmt wurde, was zu tragen ist, je nach Funktion am Hofe, gab es das auch tatsächlich in den Städten. Auch hier in Hannover gab es verschiedene Kleiderordnungen, die erlassen wurden vom Rat der Stadt, die bestimmt haben, welche Schicht der Stadtgesellschaft was tragen darf. Und das galt für alle sechs verschiedenen Schichten in der Stadtgesellschaft. Das heißt, auch die Ehefrau des Bürgermeisters zum Beispiel hatte Regelungen. Die durfte vielleicht nur zwei Goldkettchen tragen und nicht drei. Das diente der sozialen Disziplinierung tatsächlich in den Städten. Und die Dame, auch als Frau des Bürgermeisters, hatte im Fall der Fälle Bruchstrafen zu zahlen, wenn sie gegen die Kleiderordnungen verstoßen hat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Dass man tatsächlich eine Geldstrafe dafür bezahlt hat, dass man die falsche Kleidung angehabt hat? Ich kann es mir wenig vorstellen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!